Hallo liebe Leute und willkommen bei Meimproved. Heute habe ich diesmal nur ein wirklich, wirklich kurzes Video oder diesmal, vielleicht habe ich ja schon am gleichen Tag noch eins veröffentlicht. Ein Klient von mir hat folgende Aussage bekommen. Ist eigentlich egal, was du im Studio machst, mach einfach irgendwas. Gefragt hat er danach, was er im Studio machen soll, also nach irgendeiner Anhalt von Plan. Warum habe ich so eine komische Antwort gegeben, also vor allen Dingen in einer Position als Trainer? Der Grund war, als besagter Klient hat ein relativ einfach strukturiertes Programm für zu Hause. Jetzt, wo die Hysterie weniger prominent das Leben bestimmt, durfte er dann eben ins Studio mit einem negativen C-Zertifikat, sag ich mal. Und das hält dann 48 Stunden, also sprich, am zweiten Tag hätte, besagter Klient, dann eben ins Studio gehen können und er wollte gerne einen zweiten Besuch machen. Aber so wie, ich sag mal, seine Lebenssituation war, war es nicht, also war es nicht quasi einfach, ja, ich gehe jetzt jede zweite Woche wirklich ins Studio, sondern es hing dann einfach von einigen Faktoren ab. Das Problem ist dann eben, dass man eigentlich nichts machen kann, also nichts Konkretes, nichts Geplantes, was man dann womöglich mit zwei Wochen Pause dazwischen dann eben macht. Und deswegen habe ich das eben auch gesagt, das stimmt natürlich nicht ganz, das war jetzt ein bisschen clickbaity, in dem Sinne habe ich gesagt, okay, mach mal so und so und so. Also ganz einfache Parameter, was er dann eben machen sollte. Und also ich habe die da nicht weggeschickt mit quasi mach einfach, was du willst. Und warum erzähle ich das? Das Problem oder eine Schwierigkeit bei diesem ganzen Lebenswandelskram, besonders aber, also besonders prominent ist es im Bereich Bewegung und Training, ist eben, dass man viele Methoden oder doch relativ viele Methoden in dem Sinne aus dem Profibereich, Bereich kommen und dann in den Amateurbereich einsickern. Und der Profibereich oder der Leistungssport, der Hochleistungssport, der zeichnet sich durch Trainierende aus, die extrem regelmäßig irgendwelche Sachen machen. Also in einigen Bereichen sind die genauso Schippe Würmer wie wir alle, also die, also was ich gehört habe, was hier die Aminen, also die Fußballer hier essen. Also das ist halt das Klassische, okay, nach dem Training gehen wir alle irgendwie in die Pizzeria und knallen uns halt Nudeln bis zum Anschlag rein, weil wir ja die Kohlenhydrate brauchen. Also so ist im Grunde das Niveau. Zumindest ist es mein letzter Stand eben auch teilweise. Aber viele Methoden, viele Trainingspläne, die sind in dem Sinne wirksamer, ich sag mal als zufälliges Training, ah zufälliges Training ist ein bisschen zu viel gesagt, aber als normales Training in Anführungsstrichen, weil, oder insofern wirksamer, dass sie quasi ganz wenig Spielräume dann eben rauslassen. Das heißt zum Beispiel, die Regenerationskapazität und die Stresstoleranz wird zu 95% ausgelastet. Warum? Naja, weil der Profisportler, der Hochleistungssportler ganz wenig andere Dinge hat, die ihn belasten. Und entsprechend hat er quasi nur 5% für den Rest des Lebens, also an Stressbelastung. Aber was ist jemand, also ich sag mal, jemand, der einfach so sein Leben lebt und dann aber einfach Sport machen will, der kann sich quasi nicht zu 95% ausbelasten, also stressmäßig, sondern kann vielleicht nur 70% sich ausbelasten. Dazu kommt auch die Regelmäßigkeit. Also zum Beispiel ist es bei Westside Babel so, dass man einfach nach dem Maximalkrafttraining, nach einer bestimmten, also innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, dann das dynamische Training macht, um von bestimmten Effekten dann eben zu profitieren. Und so gibt es einfach eine ganze Reihe von Aspekten im Training, die stehen, ich sag mal, einem gewöhnlichen Menschen, der auch einfach Familie hat und einfach eine Arbeit dann noch hat, also der nachgehen muss und allerlei Verpflichtungen hat, die stehen ihm gar nicht zur Verfügung. Also die Ergebnisse, die man dann eben erzielt oder die Trainingspläne oder Trainingsmittel, die man dann eben zur Verfügung hat, die sind erheblich reduziert. Und deswegen ist auch in dem Sinne die Güte der Methoden im Vergleich zum Beispiel, ich sag mal, jetzt von so einem Fitness-Youtuber, also der dann schlussendlich auch, dessen Arbeit eigentlich nur besteht, nebenher so ein bisschen die Kamera laufen zu lassen, auch ein bisschen anders, sag ich dann doch mal. Also man kann nicht die gleiche Erwartungshaltung an den Tag legen. Das war's von mir heute. Ich wünsche euch einen Tag, bei dem ihr nicht so viel schwitzt wie ich oder vielleicht auch doch, ist ja auch gesund. Tschüss.